Hallo? Herr Anwalt, wir brauchen Ihre Hilfe. Was ist passiert? Die Lehrer sind verrückt geworden. Sie lassen uns nicht mehr aus der Schule. Das verstößt gegen das Gesetz. Oh nein, Sie haben mich gewunden. Komm Sie, komm Sie, schnell. Das Handy wird einkassiert. Es geht dort nicht mit rechten Dingen zu. Ich muss unbedingt etwas unternehmen. Das Handy wird einkassiert. Das Handy wird einkassiert. Sie brauchen sch Cubse. Das Handy wird geflüchtet. Die Kinder hat eine Geflüchtete. Die Kinder hat eine Geflüchtete. Das war's für heute. Herr Anwalt, Sie sind also wirklich hierher gekommen? Lassen Sie die Kinder frei! Meine Aufgabe ist es, dass die Kinder was lernen. Und sie werden am meisten lernen, wenn sie für immer in der Schule sind. Laut Paragraf 8 des Jugendarbeitsschutzgesetzes dürfen Sie die Kinder nicht hier behalten. Mit Paragrafen kennen Sie sich vielleicht aus. Aber das hier ist mein Reich. Hier bestimme ich nachsitzen. Herr Anwalt, ich hoffe, du hast deine Sportsachen eingepackt. Der Unterricht geht jetzt nämlich los, noch? Ich will nicht in den Sportunterricht. Lassen Sie die Kinder frei! Simulant! Fünf Runden laufen. Sonst gibt das eine Sechs. Ich bin nicht in den Sportunterricht. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.